Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Dieses Mal aus der Kriegsümmenschlucht aka Warsong. Zwei brichst du ja nur. Oh, vier DK ist schön. Hat sich was geändert? Ne, es ist immer noch das gleiche. Hat sich nichts geändert, wobei ich überlege mal wieder den rauszunehmen und vielleicht doch mal wieder da mitzuspielen. Auf der anderen Seite, der hilft mir halt schon, rettet mir schon mal gerne den Arsch. Beziehungsweise, ja, wenn ich einen Proc habe, abhauen bin oder so, benutze ich den, gebe den Heal eventuell einen Proc oder entweder den Proc noch mal und so weiter und das ist dann so ein Heal beim abhauen, das hilft dann schon ganz gut. Auf der anderen Seite mehr Damage bei WoG, wobei so oft heile ich mit WoG eigentlich gar nicht wirklich. Nicht mehr, das war ja woanders. Eigentlich total bescheuert, da habe ich irgendwie mehr mit der Helligkeit geheilt als mit dem Licht, was eigentlich nicht da bescheuert ist. Aber gut, so ist es halt manchmal, ne? Äh, gebufft hatte ich. Oh. Oh, ey, was ein Mili-Kleaf. Oh, vier Mili... Ne, Quatsch. Sechs Mili's. Oh. Ja gut, wir sind auch nicht viel besser. Aber wir haben einen Brott-Pally dabei. Okay. Also wir sind... Ja gut, wir sind im Prinzip auch fünf Mili... Wir sind im Prinzip fünf Mili's. Ja, allerdings halt drei Schurken, ne? Oh, nicht einer vergessen. Einer wird nämlich durchrennen, genau. Ja, und so weiter. Wahrscheinlich. Boah, ey, das wird übel. Da muss ich Procs haben in der CD-Phase mit dem DS. Das wird lustig. Da kriechen sie alle mal richtig was ins Gesicht, ne? Ne, das wär echt genial, weil die alle schön zusammen sind. Also, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und man muss dann irgendeiner gescheit gegenheilen. Bei denen wir uns also wieder heilen. Oh ja, da ist der Troide. Das ist deutlich leichtere Ziel, was, äh, Equip betrifft. Live, ETC. So, Zerg, Mädels. Wollt ihr's mit dem Zerg? Ja, wie vermutet, die kommen schon. Oh, der hat schon geblinkt. Und dann hauen wir ihn jetzt weg. Oh, jetzt hab ich schon die Wall gezogen. Sonst wie lange der so durchhält. Jetzt aber nicht mehr. Oh, Drecksau. Ich hasse das. Aber nicht schlecht gemacht. Ja. Dann haben wir ihn Zack gewonnen. Sieht so aus. Ah. Es war ein Zack gewonnen. Da waren so Schuppen mit dabei. Zwei waren dabei. Na gut, ein Heiler hat auch gefehlt. Den haben wir penetriert. So, ist die Flagge. Da ist sie nicht. Oh, da steht der Zack schon wieder. Kommt nix raus. Gehen wir mal an die Rampe dahinter. Fibi, ja, der müsste hier oben sein, oder? Ah. Ah, nee, das ist doch ein Tunnel. Ach, wie langweilig. Geht der doch durch... Boah, alter Schwede. Wer geht denn noch durch die Mitte direkt? Genau, hoch. Der ist erst gerade in den Beistagen. Auf, 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 auf. Das ist jetzt gerade ne Beistagen. Auf, 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 off, auf. Oh, na, 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 na. Er ist jetzt gerade ne Beistagen. Na, 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 na. Killing Spree! Double Kill! Ja, so ein bisschen. Ich würde sagen, Mensch, du musst dann auch schon laufen. Wenn man dir schon eine Hand der Freiheit gibt. Oh, wie neidlich. Oh, Wallan. Ja, ich würde auch aufhauen. Wird ihr wenigstens größer das? Ja, müsste er heilen. Ich muss die einzelnen Leute ein bisschen heilen. Das wird die einzelnen Leute ein bisschen. Der Krieger. Ah, scheiße. Jetzt hätte ich doch nur gewartet. Manchmal bin ich zu schnell und den siegne. Manchmal bin ich zu schnell. Oh, wo ist denn ich für lag? Da ist er. Chris geht Stun. Oh, lenken mich fett. Ah, scheiße. Oh, na. Jetzt habe ich den rausgefuhren. Tut mir leid, Schurke. Das war blöd von mir. Bleibst du gefälligst hier? Ich muss dann gleich wirbeln. Ich muss dann gleich wirbeln. Ich würde auch gerne mit dem Krieger an. Ich würde auch gerne mit dem DevCities Code an. Ich würde auch gerne mit dem DevCities Code an. Oder die stärksten DevCities Code an. So. Aufbauen. So, was haben wir jetzt vor? Wo geht denn der Lein? Das Dach. Was macht der Krieger da? Dreht mich. Der Mensch auch. Gut. Komm mal durch. Was hat er denn so bei sich? Hat er den Troiden noch bei sich? Das ziehe ich jetzt nicht. Oh, scheinbar. Ja, halt doch. Jetzt kann ich dem Rogue aber nicht helfen. Er ist wieder runter. Nein, alter Schwede. Der Seedstrike ist da. Ah, du Amateur. Oh, hol mich, hol mich. Der ist runter? So, und hier. Na? Wie ist denn das Target? Was ist das mit der Scheiße? Du Edi hier. Also, wieso kann der ständig sprinten? Das ist gar nicht... Ah, scheiße. Nein. Ich will nichts tun. Ah, kacke. Ach, Mensch, ey. Ey, diese Mobilität, das ist so lächerlich. Also, ich will jetzt noch mal noch. Oh, Mensch. Das ist jetzt schon mal ein paar Geist. Oh, Mensch. Das ist doch irgendwie mal sehr. Da ist doch nicht. Oh, ja. Und du jetzt? Ich bin nicht bescheuert und laufe wieder zu dir. Ja, oh Gott. Äh, das ist jetzt hart lächerlich, aber gut, weil der zergt, ne? Kann man nix machen. Da muss man sich von Ruinen trollen lassen. Na gut. Haben wir irgendwie keinen gescheiten Heiler, oder? Oder? Doch, er wollte gerade sagen. Tja, Mädels, wir müssen jetzt, äh, ne? Erstmal liegt er jetzt da mit dem Dungaun. Ah, gut, sterb. Niiiice. Meine Fresse. Ah. Das wird nix, der geht wieder durch. Tja, unser... Ich habe einen Prot als Tank. Äh, als FC. Verrägt doch schneller als sonst irgendwas. Lassen wir hinten rein. Okay. Safe. Ich dachte, da wäre mehr hinten. Ah, Mann, Mann, Mann. Schlimm, das zu sehen. Das Lustige ist, der Frosty Kay lebt länger als der Pally. Unabhängig davon, dass es ein Tank ist. Weil Tanks, ja... Und jetzt richten es doch. Tanks bekommen in PvP mehr Damage. Wo willst denn du hin? Ich dachte, dass wir zu zweit sind, guckst du. Du wirst nicht weit kommen. Soll der Dev-ZTs raus, oder? Ah, super. Nein, der Fresse. Blast doch mal die Leute. Blast. Du Spitzvore. Du bleibst gefaxt im Kampf, mein Freund. Fresse nochmal. Diese Fähigkeit ist so bescheuert. Fick dich. Fick dich. Jo, mach du mal. So, hier kommt keiner. Der ist mir. Fick dich. 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 Fick dich.